So Leute, Bitcoin bewegt sich in diesem Moment seitwärts und nach unten. Ist jetzt vielleicht die richtige Zeit, alles zu verkaufen und komplett aus dem Kryptomarkt auszusteigen? Im heutigen Video werde ich genau diese Frage beantworten, die mir in letzter Zeit immer wieder von Leuten gestellt wird. Wir sprechen darüber, was ich als nächstes für Bitcoin erwarte. Einige ziemlich wichtige Sachen, die ihr wissen solltet, denn es gibt eine große Fraktale, die kurz davor ist, sich abzuspielen und die viele Leute überraschen wird. Aus diesem Grund bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran, falls ihr auch nur irgendetwas mit Kryptowährung zu tun habt. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Kryptovideos und zeige euch, wie man Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns auch direkt mal mit Bitcoin loslegen. Was man hier jetzt auf jeden Fall auf dem 4-Stunden-Chart sehen kann ist, nachdem wir einen ziemlich großen Bounce von meiner roten Linie und dem Rand der orangenen Box gehabt haben, haben wir versucht, überhaupt dieser roten Linie zu bleiben. Wir sind kurz darunter gegangen, hatten etwas Widerstand auf dem Weg nach oben, als wir es geschafft haben durchzubrechen, wurden wir auf dem Weg nach unten unterstützt. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, diese rote Linie ist der Kampf zwischen den Bären und den Bullen, die gegeneinander versuchen, uns entweder überhalb der roten Linie zu halten oder darunter. Jetzt gerade befinden wir uns auf dem 4-Stunden-Chart darunter und wenn wir uns auch mal den Daily-Chart anschauen, kann man auch ganz klar sehen, ja, wir befinden uns darunter. Die Bären haben es geschafft, uns nach unten zu drücken. Wir haben diese rote Kerze direkt am Rand der orangenen Box an der roten Linie geöffnet und seitdem sind wir weiter nach unten gegangen. Das bedeutet, wir müssen absolut abwarten, wie diese Kerze schließen wird. Wenn wir so schließen sollten, dann wäre das die erste komplette rote Kerze, die unterhalb dieser roten Linie, unterhalb dem Rand der orangenen Box geschlossen wurde. Was, um ehrlich zu sein, kein super gutes Zeichen ist. Aber wir werden gleich noch einmal über die langfristige Idee sprechen, die ich für Bitcoin habe. Kurzfristig sollte man das definitiv im Auge behalten. Kurzfristig ist das definitiv ein kleines Signal der Schwäche, die wir momentan am Markt haben. Okay, wenn wir uns das jetzt etwas genauer anschauen, kann man sehen, dass wir in diesem Moment ein kleines Dreieck formen. Also hier oben haben wir eine Trendlinie, unten haben wir eine Trendlinie. Das bedeutet, wir haben hier etwas, was etwas aussieht wie ein Symmetrical Triangle. Wir müssen das also im Auge behalten. Das wird definitiv innerhalb der nächsten, also entweder heute oder dann wahrscheinlich morgen, allerspätestens in drei Tagen müssen wir aus diesem Dreieck ausbrechen. Und dann werden wir sehen, gehen wir nach oben oder aber gehen wir nach unten. Das ist natürlich die ganz große Frage. Und tatsächlich gibt es auch einige Hinweise, die wir dafür benutzen können. Oder ich würde eher sagen, vielleicht wir haben einige Sachen, auf die wir aufpassen müssen, wenn es darum geht, wie man am besten mit dieser Situation umzugehen hat. Wie man daraus am besten seinen Vorteil zieht. Worüber ich jetzt mit euch sprechen möchte, sind nämlich die traditionellen Märkte. Hier befinden wir uns unter dem ganz, ganz wichtigen Widerstand bei 4806. Ich persönlich glaube ja, dass das, Moment, oder ich bin mir, doch genau, man kann das hier genau sehen. Also, das ist das alte Allzeithoch, das wir beim S&P 500 gehabt haben. Beim Nasdaq und beim Dow Jones, da sind wir ja tatsächlich mittlerweile schon über unser voriges Allzeithoch gebrochen. Genau deswegen habe ich diese rote Linie, sorry, diese orange Linie. Das ist das vorige Allzeithoch bei 4811 bei den traditionellen Märkten, beim S&P 500. Das ist also ganz, ganz, ganz wichtig. Wir konsolidieren nämlich momentan unterhalb diesem Widerstand. Wir haben auf dem 4-Stunden-Chart eine Konsolidierung. Das ist ein eher bullisches Pattern, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn wir nach oben ausbrechen sollten, haben wir direkt überhalb dieser Range noch einmal ein ganz, ganz wichtiges Widerstandslevel. Diese traditionellen Märkte werden später heute Abend nochmal öffnen. Das bedeutet, wenn wir einen weiteren Push zu unserem alten Allzeithoch sehen können und vor allem, wenn wir es schaffen können, da durchzubrechen, ja, dann bin ich mir relativ sicher, dass auch Bitcoin durch diese Formation durchbrechen wird, durch das Dreieck und dass wir dann bei 45.000 innerhalb von ein paar Tagen sein werden. Das ist das, was ich glaube. Das andere Szenario wäre natürlich, dass wir einfach weiter konsolidieren oder aber einen Breakdown nach unten sehen werden und dann kann man natürlich entsprechend handeln, was eure Trades für Bitcoin angeht. Ich persönlich glaube, nochmal, ich glaube, dass wir den Boden dieser orangenen Box sehen würden bei 40.000 Dollar. Ich bin also definitiv auf alle Szenarien vorbereitet. Ich bin allerdings eher bullisch eingestellt. Jetzt nicht unbedingt für die nächste Stunde, auch nicht unbedingt für den nächsten Tag, aber definitiv mal für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate und vor allem aber für die nächsten zwei Jahre. Wir haben eine ganz, ganz, ganz bullische Tendenz und ich spreche jetzt schon super lang über diese These, dass ich persönlich denke, dass Bitcoin weiter nach, oder so, nochmal, dass die traditionellen Märkte als erstes nach oben gehen werden, dass die ihr Allzeithoch durchbrechen, einen massiven Run gehen und dass dann, wenn die traditionellen Märkte richtig schöne Gewinne gemacht haben, dass das Geld in Bitcoin strömen wird, dann in Large Caps und dann werden wir eine richtig, richtig schöne Altcoin-Season bekommen mit den kleineren Coins, die vollkommen durchstarten werden. Das ist meine These, das war immer schon meine These und ja, wenn man sich jetzt einfach mal den Wochenchart anschaut, kann man sehen, wir sind definitiv für einen Pullback fällig gewesen. Ihr wisst, dass ich die ganze Zeit einen Pullback gefordert habe. Ich habe gesagt, es muss einer kommen, seitdem wir durch die rote Linie geworfen sind. Wir haben darauf gewartet und auf dem Wochenchart, der im Übrigen heute schließt, sieht es danach aus, als würden wir unsere erste rote Kerze seit acht Wochen in Folge bekommen. Wir hatten acht grüne Kerzen hintereinander und das wird die erste rote Kerze sein. Das ist auch eine Sache, über die wir uns schon vor einer Weile unterhalten haben. Ich habe euch gewarnt, dass wir bis jetzt keine rote Kerze gehabt haben und dass einfach mal eine kommen muss. Das war einfach längst überfällig. Wenn wir uns jetzt mal die früheren Zyklen anschauen, vor allem, wenn wir uns mal 2021 angucken, hier kann man sehen, wir hatten auch ab und zu einen massiven Run mit fünf, sechs, sieben grünen Kerzen hintereinander, dann kam eine rote Kerze. Wir hatten vier riesige grüne Kerzen hintereinander, dann kamen noch ein paar rote Kerzen. Dann wieder vier grüne Kerzen, dann wieder eine rote Kerze. Also hier wieder das Gleiche. Wir haben fünf grüne Kerzen, dann ein paar rote Kerzen. Also seid nicht überrascht, wenn wir noch ein bisschen länger konsolidieren, wenn wir gewisse Volatilität sehen. Dann allerdings im Januar und vor allem auch darüber hinaus, dann wird das, worüber ich mich vorhin mit euch unterhalten habe, vollkommen in Traff treten und dass Bitcoin und auch Altcoins richtig, richtig gut laufen werden. Also 2024. Um euch nochmal was anderes zu zeigen, ich habe diesen Chart von TradingShot gefunden und was man hier links sehen kann, das ist der Bitcoin-Preis. Was wir rechts sehen können, das ist der S&P 500. Also die traditionellen Märkte, der gleiche Chart, den wir uns normalerweise immer anschauen. Okay, was man jetzt auf jeden Fall sehen kann, ist die These, über die wir uns die ganze Zeit unterhalten haben, dass wenn wir unser altes Allzeithoch durchbrechen, dass dann, also danach, dass wir dann sehen, dass das Geld in Bitcoin fließt. Was wir hier jetzt auf jeden Fall sehen können, das sieht man auf beiden diesen Charts. Also einmal hier links kann man das sehen bei Bitcoin und rechts kann man das sehen. Also hier brechen wir das Allzeithoch bei den traditionellen Märkten. Dann hier an dieser Stelle brechen wir da durch. Dann geht Bitcoin erstmal seitwärts. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, wo wir, also natürlich schon das Allzeithoch durchbrochen haben bei den traditionellen Märkten und dann weiter nach oben in den massiven Run gegangen sind. Das ist dann der Zeitpunkt, wo Bitcoin angefangen hat, richtig krass zu laufen. Hier ist unser altes Allzeithoch für Bitcoin 2013. Das ist erst durchbrochen worden, mehrere Monate, ich würde sogar sagen, fast ein Jahr später, als das Allzeithoch bei den traditionellen Märkten durchbrochen worden ist. Also, lasst uns jetzt mal ein weiteres Datum anschauen. 2015. Hier, oder 16? Ähm, genau. Hier kann man auf jeden Fall sehen, dass wir das alte Allzeithoch bei den traditionellen Märkten durchbrechen. Aber für Bitcoin nicht. Hier, das ist der Punkt. Bitcoin, klar, Bitcoin ist nach oben gegangen mit den traditionellen Märkten, aber wir sind immer noch schon ein gutes Stück von unserem alten Allzeithoch entfernt gewesen, als wir das bei den traditionellen Märkten durchbrochen haben. Genau das ist der Zeitpunkt, wo wir das Allzeithoch bei den traditionellen Märkten durchbrochen haben. Und dann sind wir bei den traditionellen Märkten krass nach oben gegangen. Bitcoin war etwas langsamer, aber auch da haben wir unser altes Allzeithoch zu guter Letzt durchbrochen. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns 2019 anschauen. Auch hier wieder das Gleiche. Im Jahr 2019 haben wir unser Allzeithoch bei den traditionellen Märkten genau an dieser Stelle durchbrochen. Ich meine, auch für Bitcoin sind wir schön nach oben gegangen. Wir haben es allerdings nicht geschafft, das alte Allzeithoch zu durchbrechen. Und zwar bis viel, viel später. Der S&P 500 war da schon ganz, ganz lange gelaufen, als wir unser altes Allzeithoch für Bitcoin durchbrochen haben. Und jetzt kann man wieder sehen, wir sind kurz davor unser altes Allzeithoch beim S&P 500 zu durchbrechen. Beim Nasdaq und beim Dow Jones haben wir es schon geschafft. Aber beim S&P 500, wie gesagt, sind wir nah dran. Bei Bitcoin sind wir allerdings immer noch 50, 60 Prozent unter unserem alten Allzeithoch. Das bedeutet, sobald wir es schaffen, durch unser altes Allzeithoch bei den traditionellen Märkten zu brechen, wartet einfach ein bisschen ab, wartet ein paar Wochen, ein paar Monate, dann wird das Geld aus den traditionellen Märkten in Bitcoin fließen und das Szenario, worüber wir uns vorhin unterhalten haben, wird sich genauso abspielen, wie ich die ganze Zeit gedacht habe. Ja, ich wollte euch lediglich nochmal kurz daran erinnern, was ich denke, wie sich das Ganze abspielen wird. Das bedeutet, jetzt ist es lediglich eine Frage. Wenn ihr schon in Bitcoin investiert seid, dann müsst ihr einfach nur noch darauf warten, dass wir unser altes Allzeithoch durchbrechen, dass wir unser nächstes Swinger beim Bullenmarkt bekommen und dann muss man überlegen, wo werde ich Profite mitnehmen? Bei 60.000, 80.000, 100.000 oder vielleicht auch darüber hinaus, macht euch definitiv jetzt schon eine Strategie. Außerdem, was sollte man machen, wenn man weiter seitwärts geht oder wenn es vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach unten geht? Wie wird eure Strategie in diesem Fall aussehen? Werdet ihr immer noch glauben, dass wir uns in einem Bullenmarkt befinden, wenn wir jetzt noch ein bisschen länger seitwärts gehen? Ihr solltet euch unbedingt ganz klar werden, was ihr in den verschiedenen Szenarien machen werdet, damit ihr nicht auf die ganze Sache reagieren müsst. Das funktioniert nämlich in den wenigsten Fällen. Dann, was meine Trading-Strategien angeht, man kann sehen, die haben auf dem Weg nach unten bei diesem Pullback einige Positionen akkumuliert. Der Ethereum Fast Bot hat mittlerweile schon acht Positionen akkumuliert, der Zyklus Bot vier Positionen. Das bedeutet, wir haben schon einige relativ große Positionen bei diesen Trading-Strategien. Also auf OKEx und auf BitGet. Das bedeutet, genauso wie ich immer gemacht habe, ich werde darauf warten, dass wir einen Push nach oben bekommen. Dann werden diese Profite mitgenommen werden, wenn es nicht zu einem massiven Pump kommen sollte. Kann ja passieren. Tatsächlich beim Pump gestern, als wir bis auf 4.750 gestiegen sind, waren wir wirklich so nah dran, die Profite mitzunehmen bei all diesen Positionen. Ich weiß nicht, das waren glaube ich nur 50 Dollar davon entfernt oder so. Das war also super, super unglücklich. Was nämlich sonst passiert wäre, die hätten Profite mitgenommen und dann wäre ein neuer Zyklus begonnen worden und wir hätten auf dem Weg nach unten wieder kaufen können. Manchmal hat man halt einfach Pech. Und außerdem, meine Aufträge, meine Preise werden nicht genau die gleichen sein wie eure. Einfach weil wir zu unterschiedlichen Zeiten eingestiegen sind. Es wird also immer mal wieder einen kleinen Unterschied geben, was die genauen Preise angeht. Vielleicht wurden ja bei euch einige der Positionen aufgelöst. Vielleicht wurden da Profite mitgenommen. Lasst mich das gerne mal unten im Kommentarbereich wissen. Ich lasse auf jeden Fall die Trading Strategien für mich weiter arbeiten. Ich denke nämlich, dass wir für Bitcoin und Ethereum später bei viel höheren Preisen sein werden. Tatsächlich ist ja der einzige Sinn und Zweck von dieser Trading Strategien, dass wir auf dem Weg nach unten Positionen akkumulieren. Und das funktioniert. Wir machen ja auch mit der Zeit richtig, richtig schöne Gewinne. Außerdem, falls ihr diese Trading Strategien auch benutzen möchtet, geht in die Videobeschreibung, meldet euch mit meinem Link bei OKEx an. Da könnt ihr bis zu 60.000 Dollar Trading Boni bekommen und dann mit einem One-Click-Setup könnt ihr alle diese Bots benutzen. Wenn ihr OKEx nicht benutzen könnt, könnt ihr BitGeld probieren. Da könnt ihr bis zu 8.400 Dollar Trading Boni bekommen und dann klickt ihr nicht auf den, der ist voll, aber hier könnt ihr draufklicken. Da haben wir immer noch ein paar Spots übrig. Es gibt noch ungefähr 30, 32 Spots haben wir noch übrig. Das bedeutet, falls ihr da mitmachen möchtet, dann solltet ihr euch am besten beeilen. Die sind nämlich meistens relativ schnell voll. Aber ihr klickt einfach auf Subscribe und dann auf was für immer ein Bot ihr benutzen möchtet. Ihr könnt auch alle benutzen. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon für das heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Schönen dritten Advent und wir sehen uns dann im nächsten Video.